Es ist Montag. Ich habe gestern auch noch an dem Bild hier weiter gemalt. Und ich freue mich sehr. Und ich habe eine Auftragsarbeit bekommen. Die habe ich gestern auch schon angefangen. Mal schauen, ob ich die diese Woche fertig bekomme. Und sonst mal schauen, was ich so schaffe. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich habe mir vor ein paar Tagen ein neues Klebeband bestellt für meine Bestellung. Die habe ich bei Etsy gefunden und diesmal habe ich zwei andere genommen. Das andere ist dasselbe. Wie schön ist dieses Muster, das werde ich mir wahrscheinlich so für ein Skizzenbuch kleben. Ich mag das Muster so gerne. Hallo, da ist sie. Hi. Ich habe den ganzen Tag tatsächlich eigentlich nur an der Auftragsarbeit gemalt. Jetzt liege ich im Bett, weil ich bin irgendwie so müde und kaputt. Es ist gleich erst 19 Uhr oder so. Ich hoffe, ich bekomme gleich später noch ein bisschen Energie. Ich schaue jetzt auf jeden Fall ein bisschen Mirella. Und Martin sich auch noch gegenseitig... Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe ein Baby. Dann Krankheit, die jeder Influencer in der Welt entwickelt. Dann fing das halt bei mir an. Das ist... Oh my God. Ich schaue jetzt auf jeden Fall ein bisschen. Dann bin ich ein bisschen. Ich kann mich nicht genau wie vorher auf jeden Fall an ja. Ich kann mich abgerissen. Es ist so, dass ich mich abgerissen habe. Ich kann mich abg abajo, weil es nicht, ich selbst schaue ich es heute. Und ich kann mich abgerissen. Ich kann mich abgerissen. Ich habe heute eigentlich nur an dem Auftragsbild gearbeitet, sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich habe nur gemalt, bin auch relativ weit gekommen und eben gerade ist noch eine Bestellung eingekommen, die werde ich gleich noch schnell verpacken. Kann ich die auch morgen schon zur Post bringen. Auf jeden Fall packe ich jetzt meine Bestellung ein und ich freue mich schon, das neue Klebeband auszuprobieren. Das ist so schön. So wird, mehr Leute, viel zu sehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich mache mir immer gerne selber diese Blue-Sticker. Ich finde das immer ganz schön. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe bis eben am Auftragsbild gearbeitet, den ganzen Morgen. Ich weiß auch nicht, warum das so lange dauert. Aber irgendwie möchte ich, dass alles perfekt ist. Ich versuche auch später nochmal rauszugehen. Es ist schön herbstlich, sonnig. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018